Achtung, das ist dann. Deswegen bin ich natürlich nicht hier. Aber ich habe etwas anderes. Herr Wesen, die Dornauer Zeitung kennt ihr ja mittlerweile. Da haben wir uns schon ab und zu mal getroffen. Und wir sind tierisch beeindruckt von dem gewesen, was Sie hier auf die Beine gestellt haben. Auch mit der Schülernwende, aber auch wie Sie mit den Schülern so umgehen. Ja, was Sie da alles tun. Und wie die Schüler auch an Ihnen hängen und an dem Projekt, was Sie machen. Ich fand das super toll, wie Sie auch der Messer uns alle angeschleppt, betreut, aufgebaut haben. Großartig. Wir haben eine Aktion, die heißt Nacht am Herzen, wo wir einfach einmal im Jahr, so kurz vor Weihnachten, Leuten eine kleine Freude machen, die eben so ein bisschen mehr als normal machen. Und da sind Sie für uns so der Prototyp. Und deswegen sind wir heute hier zusammen mit dem Frischeboten, unserem Partner, und möchten Sie da jeden Auszeichen als Nacht am Herzen 2017. Hier ist für Sie ein Glückwunsch und der Applaus der Kinder. Applaus Ich bin jetzt ein bisschen was mit dem Krattenwilf drauf. Ja, es ist ein Prümer. Fühlt gut, unser Cityport, Online-Shop, weil Sie auch Ihnen das bekannt sind. Ein solches ist hier ungebliebener Flyer drin. Wir können diese Ware, große Ware aus der Region für uns bestellen. Wird einhändiger. Auch das Einbruch? Nein. Einbruch? Da arbeiten wir dran. Das ist gut. Aber das dürfen Sie trotzdem. Aber ich kenne Sie jemanden vor. Ja, da gerne. Ich möchte. Und das ist der für die. Vielen Dank. Oh, ja, die Region ist ja auch bekannt. Natürlich. Földer auch. Földer auch. Wir machen ein extra Foto, Ja. Ja. Wir machen ein extra Foto. posen Sie einen extra Foto.